Für die Stuttgarter Clubs war es im vergangenen Jahr ein kurzer Spaß. Im August 2021 feierten sie noch die freudige Wiedereröffnung. Anfang Dezember mussten die Clubbesitzer aufgrund der hohen Corona-Zahlen wieder alles Sicht machen. Daniel Bausch, Leiter der Schräglage in Stuttgart-Mitte, sieht das Stuttgarter Nachtleben gefährdet. Also es gibt definitiv Clubs, da bin ich überzeugt davon, die es schwer haben werden, nochmal zurückzukommen. Hängt natürlich jetzt auch ab, wie die nächsten Monate verlaufen und auch natürlich, ob es wieder Unterstützung vom Staat oder vom Land gibt in Form von Überbrückungsgeld. Aber sollte das natürlich nicht sein, sehe ich es auch sehr schwierig und es wird auf jeden Fall große Veränderungen geben, da bin ich mir sicher. Seit 2006 gilt die Schräglage beim Rathaus für Hip-Hop-Fans als gesetzt. Aktuell nutzt Daniel Bausch, in der Szene auch bekannt als DJ Diversion, die Zeit zur Renovierung der Kult-Location. In der Hoffnung, nicht erneut bis zum Sommer mit der Öffnung warten zu müssen. Ich sag mal, 2G Plus ist wahrscheinlich sicherer, als wenn die Leute jetzt irgendwie privat feiern gehen oder sich trotzdem treffen. Daher, Schließungen sind nachvollziehbar, 2G Plus wäre natürlich eine schöne Alternative, aber da kommt es wahrscheinlich dann auf die Inzidenz und auf die Corona-Lage an. Als DJ tut De Bausch selbst regelmäßig durch die Stuttgarter Club-Landschaft und kennt die Anliegen der Szene genau. Bei einer Sache sind sich alle einig. Geht es so weiter, sieht es für die Stuttgarter Clubs gar nicht gut aus. Also wichtig wäre natürlich, dass die Club- oder die Club-Szene an sich nicht vergessen wird, was man so das Gefühl hatte die letzten zwei Jahre. Wir waren die Ersten, die schließen mussten, sind die Letzten, die aufmachen dürfen. Sollte das jetzt wirklich bis August gehen, wird es natürlich wirklich schwierig, allein auch schon wieder Mitarbeitende zu finden. Das war auch ein großes Problem jetzt nach dem ersten Lockdown schon, weil die Leute natürlich auch auf das Geld dann angewiesen sind und natürlich irgendwie gucken müssen und Planungssicherheit brauchen. Daher, es bleibt spannend, wird wahrscheinlich nicht einfach. Die Stuttgarter Schräglage ist einer der Clubs in der Innenstadt, die bisher noch nicht vom Clubsterben betroffen sind. Doch auch hier hinterlässt die Pandemie ihre Spuren. Die Planungsunsicherheit wird die Stuttgarter Club-Szene wohl noch eine Weile begleiten.